Also würde Max Eberl aber dieses Aus in Leipzig nicht schaden, denn anschließend einen Job bei Bayern München zu bekommen? Finanziell sicher nicht. Die Bayern werden richtig aus dem Sattel müssen. Da wird sie Leipzig ein bisschen vorführen. Da bin ich überzeugt von. Jetzt hörst du ja nur, wir sind dann einem Auflösungsvertrag nicht interessiert. Das heißt, wenn der Herr irgendwo hin möchte, kostet das Ablöse wie ein anständiger Innenverteidiger. So, und bitte sehr. Also das ist das eine, Schaden. Sehen Sie, jetzt kommen wir wieder zurück auf den Urbeginn. Das ist heute so eine Sendung, wir reden einerseits über, da gibt es einen Vertrag, da wird dann Ablöse gezahlt, dann geht er zum anderen Club und dann ist alles okay. Oder gibt es auch noch die andere Dimension? Einmal verurteilt der Straftäter, jetzt aufgehoben, all diese Dinge. Wie geht man damit um? Wie geht die Öffentlichkeit damit um? Glaubwürdigkeit und Renommee, da hat er gerade, das schadet ihm doch.